Schließvorgang eingeleitet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von Fahrgästen hier aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zugbeinflussung. 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 Das war's. Das war's. Türsreigabe. 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 Schließvorgang eingeleitet. 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 Fahrtdienstleitung an IC 134, IC 134, bitte kommen. Mir leid, durch die Truppe mit dem Elefanten konnte ich mich noch nicht um Ihren weiteren Dienstplan kümmern. Sie werden kurzfristig am Bahnsteig in Koblenz erfahren, ob Sie nun mit diesem Zug nach Trier fahren oder ob Sie den IC 2012 bis Düsseldorf fahren. Eine Pause gibt es jedenfalls nicht. Nach Trier wäre die Abfahrt um 15.42 Uhr und die IC 2012 fährt 15.43 Uhr von Gleis 3 los. Düsseldorf 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 Oh, oh.